Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Battlefield 4. Mein Name ist Smokey und weiter wird gerockt hier mit mir und Dunn und Irish und allen anderen Kollegen, die noch dabei sind. Ich muss mich jetzt gerade ein bisschen ungewöhnen, denn ich habe gerade noch vor, sagen wir mal fünf Minuten, so ungefähr, ich hänge. Das erinnert mich auf deprimierende Weise an zu Hause. Vor fünf Minuten so ungefähr noch Call of Duty gespielt und jetzt zocke ich hier Battlefield. Das ist ein anderes Feeling. Das ist die Hauptsache, ja, das stimmt. Die Ecken, vom Aufzug, okay. Ich stehe bei der Ecke. Hab die Ecke. Ich palze sie im Auge. Nicht bewegen, Ecke. Ich schieße sonst, ne? Weißt du Bescheid? Ecke, ich hab dich im Auge. Okay, ich glaube, Ecke ist gesichert. Das ist der beste Weg nach oben. Es ist der schnellste. Keine Zeit für Erkundungstouren. Warte, bis du die Aussicht gesehen hast. Jetzt will ich aber auch was sehen. Klappe zu, Augen auf. Jo, dann mach mal. Jumpstone Action. Das Radar leuchtet auf. Ihr bekommt Besuch. Oh, scheiße. HALT ME! Oh, scheiße. 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 Das tut weh. Das hat echt wehgetan. Lauf. Lass mich, ich laufe jetzt einfach. Bleiben die da. Ich geh. Eieieie. Ich hab keine Ahnung, wo ich genau bin. Ich weiß nur, dass da ein Heli ist. Na los. Lauf. Nein, natürlich. Ja. Natürlich genau davor. Holy shit, holy shit, holy shit. Das war... Verdammt. Knapp. Hör mal, ich muss schießen auch noch, oder? Oh Gott, ist das laut. Ich hör nix. One. Nein. Du hast doch da, oder? Scheiße, bin getroffen. Ich bin getroffen. Ich bin getroffen. Ich bin getroffen. Scheiße. Ja, der perfekte Start in den Part. Muss ich schon so sagen. Das ist scheiß laut gewesen. Aber hey, war halt auch laut. Klarisch. Hack, was ist mit Hawkins und dem Rester-Crew? Das hat keiner überlebt. Hol dann von dem Wrack weg. Geht nicht. Er steckt fest. Versuch's. Ich hol so lang Racker raus. Ah, mein Bein. Danke. Oma. Oma. Du scheißt, das ist ein Wahnsinn aus wie eine gepfassene Wurz. Das wird schon wieder ran. Du schaffst das, Mann. Wir holen dich hier raus. Der treibt's noch. Ja, ich weiß, ich weiß. Anhalten. Racker, gib mir Deckung. Was ist er denn? Ganz ehrlich, wo ist denn der jetzt hergekommen? Da? Warum war ich, Mann? Immer ich. Ein Wolf in der Falle weist sich das Bein nach, um zu überleben. Na los! Der Knochen ist durch. Mich hat nur noch das Fleisch und Uniform hier fest. Tu es! Schneid es ab! Wir müssen los. Ist der tot? Nein, Mann, nur ohnmächtig. Du bist doch, Sani, gerade du bist es, das noch ist. Das war doch ein Dreistungs-Kurs. Toll. Autsch. Entdeckung! Runter! Runter! Los, schauen wir ab! Der Heli kommt nochmal zurück! Weg hier! Hey, die Sase bei Jonathan okay, oder? Los! Rein! Ja, es kommt schon. Ich fahr da mal, ne? Du schaffst das! Er wird doch wieder, oder? Erster Bosn am TÜV, findet er wieder! Los geht's, Racker! Geh ans Steuer! Holy! Fortress, hier ist Doomstone! Evakuierung gescheitert! Fahr da mal, ne? Würde ich auch denken, in dem Moment. Ich find's cool, dass der Sani nervös ist. Was war mit, was, was war mit der Ausbildung für den Sani nochmal? Oh ja. Ich hab ihn aufgefunden. Oh, geschafft. Warum bleiben wir hier nicht einfach sch... Wo ist der, verdammt? Wo ist er hin? Siehst du ihn? Ich hab keine Ahnung. Da, da ist er! Bereit machen! Schneller! Ich kann nicht schneller! Das verarscht knapp. Mit der Blechschüssel. Ich hab' verdammt! Ja, was denkst du, hab' ich vor? Er riecht das nicht aus! Ei! Scheiße! Nein! Nein! Oh, man greift durch mich ins Linkrad. Lass die Schweine brennen! Bye! Bam! Bye, bye! So ne Scheiße! Ich mach das schon. Nein! Oder auch nicht! Zumindest wissen wir jetzt, wie das passiert ist. Ja, Tombstone hat die Intel geborgen. Und? Im Falle eines chinesischen Militärputsches würden die Russen Admiral Chang unterstützen. Besteht nicht den Bericht unseres Informanten aus China? Dann wurde Staff Sergeant Dan für etwas getötet, das wir bereits wissen? Es gibt Aufstände auf den Straßen von Shanghai-Captain. Und die Russen mischen sich ein. Wir mussten es mit Sicherheit wissen. Schlimm genug, dass wir Sue es abriegeln mussten. Eine falsche Bewegung. Es gibt Krieg. Sie haben ihre Befehle. Aye, aye, Sir. Wir fahren zur chinesischen Ostküste. Okay, damit wird das Ziel auch klar. Hoi, hoi, hoi. Hoi, rika. Oder so. Heiße Sache, das. Heiße Sache, das. Wir sind gespannt. Das heißt Kriegsrecht für eine Milliarde Menschen. Sie sind wegen Jin Jays Ermordung angepisst. Wer war das, Sir? Er kandidierte für die Präsidentschaft, ist progressiv. Drängte die Regierung zu Transparenz, Fairness und Redefreiheit. Admiral Chang hat einige davon überzeugt, dass wir Mr. Jays getötet hätten. Wenn die Operation aufliegt, hat Chang die Ausrede, die er braucht, um diese Wut, diesen Hass, gegen uns zu rechnen. Dann gibt's Krieg. Ihr müsst die VIPs unversehrt aus den CU Towers holen. Die Operation wird von Geheimagent Laszlo W. Covey koordiniert. Und damit wir uns verstanden haben, geschossen wird nur im Notfall. Wacker. Staff Sergeant Dunn hielt sie für den geeigneten Teamleader, falls ihm etwas zustößt. Sein Verlust ist eine Tragödie. Lasst mich die Ehrung seiner letzten Entscheidung nicht bereuen. Du das Richtige. Halt nicht auf. Wir versuchen's. Ei, 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 ei. Dat wird hart. Hoffentlich hält der Wagen durch. Entspann dich gleich. Ey, lass mich doch fahren. Sonst wird nichts passieren. Hast du deins Frau angerufen? Bis jetzt noch nicht, Pack. Ich mein, was soll ich ihr denn sagen? Er ist nicht gerade friedlich gestorben und ich will sie nicht anlügen. Wo war Irish? Komm her, sind Sie weh noch. Tut mir leid, Miss. Das hat die jetzt sicher verstanden. Das ist doch alles voll für einen Arsch, Mann. Die Cops haben Schiss. Und wir, wir fahren. Wir fahren mitten rein und holen die Kohlen aus dem Feuer. Das schaffen wir mit links. Was, Wrecker? Ich kann die Tasche, Kavis vertragen. Hey, fast motorisierte Infanterie. Verstanden. Ich glaub, die Arschgesichter starren mich an. Da halte ich unauffällig. Unauffällig? Hörst du das, Wreck? Seh ich etwa aus wie ein Chinese-Pack? Kann jemand das Gebäude sehen? Wenn du mir nicht sagst, wirst du lang hier. Komm, wir nirgeln fahren. Okay. Nach links. Wir müssen nach links. Vorsicht! Taut doch gut aus. Ich sehe das Gebäude. Welche Etage müssen wir? Und von wie vielen VIPs hat Garrison gesprochen? Drei mit Kovic? Kovic und zwei Einheimische. Oh, Mann. Hey, ganz ruhig. Locker bleiben. Wir müssen nach links. Das Gebäude ist links. Sag mal, was geht denn ab? Was hast du denn jetzt gegen den Wagen? Das ist eine Schrottkarre. Haben wir uns aber schön verbaut. Wir können auch nur ein Moppet fahren. Oh. Hat der doch Qualifikationen? Danke, danke, danke. Danke, danke, danke. Zu Fuß gehen ist eines an. Die App ist verspenden der ganz anderen. Kann man mit dem Fahrrad fahren. Wir kriegen Sie zur Vercory. Überlass das Miet. Da oben. Von da haben wir eine bessere Übersicht. So, das rote Ding da erinnert mich jetzt gerade ein bisschen an Earth's Edge. Der Heli bedeutet nichts Gutes. Wir müssen da rüber. Natürlich, wir drei gegen einen Haufen chinesische Spezialeinheiten. Dirt Funktion. Miet natürlich. Lass uns das leise durchziehen. Ich arbeite dran. Ich arbeite dran. Kommt mal runter. Das bietet sich da schon so fällig an, um da hochzukommen. Ich will nur ducken. Ich hab dir jetzt nicht gehört, hoffentlich. Bin halt auch nur ein Mensch. Mann Stärke mehr, als was ich mit meinen Fingern zählen kann. Der Tobi steht fast. Ey, wie? Die sind schon da vorne. Wie geht denn mit denen? Sag mal, sind die schnell. Ich sneak da durch und wie? Hätte ich mal auf die Karte gucken sollen. Ey, der Typ soll mal aufhören, da rum zu brüllen. Das geht doch gar nicht klar. Was ist sauber? Guck mal, ja. So lange schießen können. Waffen sammeln, ja, ja. Was ist das denn? Wasserpistolen? Bring uns zum Hotel. Finde ich nicht. Die VIP sind ganz oben, genau wie die Aussichtsbar. Das klingt doch gut. Die Aussichtsbar ist immer auf dem Dach. Ja, ich vermutlich nicht. Das ist echt da uns Frau. Ja, ich weiß. Das ist nur... Mach die scheiß Tür zu! Hey, Walter! Hey, Walter, hey, Walter, hey! Falsche Etage! Falsche Etage! Ein bisschen falsch, ja? Scheiße. Ich glaube, wir sind gerade in China einmarschiert. Tja! Hier kommen wir nicht raus! Ne! Okay, Alternativen? Äh, oben durch. Außer am Leben bleiben. Scheiße, wie er ist. Seht euch das an. Womit rechnen die denn? Ich weiß, was ich mache. Mal die Wasserpistole wechseln. Gegen was Anständiges. Ne Skar. Bam. Ja, das ist schon eher mein Fall. So, dann gucken wir mal. Was geht denn hier so? Ich habe mir jetzt einfach mal angefallen. Die wissen doch bestimmt, dass wir da sind. Ob wir jetzt entdeckt werden oder später, ist auch schon wurscht. So gut sind wir aber nicht drin, bitte. Ei, ei, ei. Hier ist ja echt... Oh! Granaten werfen können sie aber. Holy shit. Okay. 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 Jo, 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 jo. Komm mal her, dude. Ey, dude. Wenn wir wie den... Fang mal, pass mal auf. So. Ey, wie schön die da oben mal dran gebounced ist. Irgendwo steckt ihr euch da noch nicht? Woll mal, was halten denn die alles aus, ey? Das kann doch nicht euer Ernst sein. Pass mal auf hier. Zeich dir mal was. Oh! Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Der Granat. Oh! Ey, ihr könnt doch nicht einfach so. Oh shit, oh shit. Oh, diese Granaten jedes Mal. Das ist unglaublich hier. So. Ein bisschen Ghost-Action hier. Haben wir da nicht umsonst gelernt. Oh, der ja. Eieiei. Ja, ja, komm doch nur. Ja, läuft irgendwie... Nicht so ganz stealthy ab, das Ganze. Stealth würde ich jetzt anders bezeichnen. Schöne da alles. Ja, schätze schon. Denke ich auch mal an. Komm schon. Granatengadget. Clamer. Hört sich nett an. Nehm ich mit. Waffenkiste. Sekundärwaffe. Oh, kann ich auch zwei. Sehr schön. Dann nehmen wir doch mal eine UMP, oder? Haben wir noch nicht mit geschossen. Bevor es heißt, ich spiele dann immer mit einer Waffe. Für mich auch nicht. Oh. Ja, macht das mal. Und währenddessen er das macht, würde ich sagen, beenden wir den Part und sehen uns dann im nächsten Part wieder zurück. Bei Let's Play Battlefield 4. Mein Name ist Smokey. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch ein Däumchen nach oben, wenn ihr kein weiteres verpassen wollt. Dann, ne, gebt mir ein Abo. Oder so. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.